Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem Minecraft Bucket und Kotlin Tutorial. Ja, alles gemixt. Ich weiß sehr viele Fachwörter oder sehr viele Namen eigentlich eher. Aber eigentlich ist es nicht schwer. Wir wollen heute nämlich ein Command erstellen, das wir dann einfach im Spiel ausführen können. Das heißt, wir haben keinen direkten Event, sondern zum Beispiel ein Administrator geht einfach her und sagt, jetzt hätte ich gerne eine neue Welt und die Welt wird zum Beispiel neu generiert oder solche Dinge eben. Ähm, und genau, das ist jetzt schon mal relativ interessant und ich werde mir wahrscheinlich relativ schnell ein Plugin schreiben, das den Befehl hat, dass das Ganze einfach Tag wird, ja, weil mich nervt das, wenn ich getötet werde, während ich gerade euch was erklären möchte. Ähm, und nein, ich möchte mich währenddessen auch nicht verteidigen. So, und genau dazu brauchen wir oder können wir Commands benutzen. Wir können das Ganze natürlich auch immer über Events machen, aber manchmal haben wir keine Events, sondern wollen einfach, dass das getriggert wird oder ausgelöst wird, wenn wir das wollen. Und dazu fangen wir hier einfach mal an. Wir müssen in der Plugin.yml angeben, was für einen Befehl oder was für einen Command wir haben wollen. Deswegen sagen wir hier einfach Commands Doppelpunkt. Und dann wird das Ganze in der nächsten Zeit ein kleines bisschen eingerückt, was euch sagt, das gehört quasi zu diesen Commands dazu. Ähm, und ja, in unserem Fall wollen wir das ganze Ding einfach erstmal Hallo nennen. Ja, das ist quasi unser Command. Und dann geben wir eine kleine Beschreibung. Ähm, grüßt den Spielern. Und, ähm, wir haben Permissions noch nicht gehabt, deswegen, das brauchen wir auch erstmal nicht. Das wird später noch irgendwann kommen, aber jetzt erstmal brauchen wir das nicht. Und ja, dann haben wir hier noch Usage, das sollte man, das sollte man meistens eigentlich auch angeben. Und zwar einfach Slash, Command und fertig. So, das ist unsere Nutzung. Das heißt, wir müssen einfach nur Slash und das Command eingeben. Und jetzt müssen wir das natürlich noch im Code realisieren. Achtet deswegen darauf, dass ihr hier den Command-Executor, wie im ersten Video schon gezeigt, im, ähm, als, naja, als Parent-Class angegeben habt, quasi hier hinten dran stehen habt, ja. Und, ähm, dann gehen wir hierher und fangen dann richtig an mit dem Code. So, und im Code, da nehmen wir jetzt keinen Event-Händler oder sowas, sondern wir sagen einfach nur, wir überschreiben eine Methode aus Command-Executor. Und zwar die Methode, also deswegen das Override, und zwar die, äh, die Methode OnCommand überschreiben wir jetzt hier. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann könnt ihr einfach Enter drücken, dann wird das alles für euch schon geautofillt, ja, da müsst ihr gar nichts mehr machen. Das heißt, da wird dann reingeschrieben Sender, Doppelpunkt, Command, Sender, Command, Doppelpunkt, Command, Label, String, Arcs, Array, Out, String und Boolean, ja. Ja, das hier ist der Return-Typ für die, die sich nicht mehr erinnern und der Rest sind Parameter. Okay, so, und was wir jetzt hier drin machen ist folgendes, eigentlich relativ simpel. Wir führen diesen Grüße-Befehl natürlich nur aus, wenn, ähm, wenn wir wirklich auch einen Spieler haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wenn der Bot irgendwas schreibt, also Hallo von Kotlin, ja, dann führen wir das natürlich nicht aus. Das heißt, zunächst einmal, wenn unser, wenn derjenige, der das Command eingegeben hat, wenn der ein Spieler ist, das heißt, wenn er Player ist, das müsst ihr wahrscheinlich erstmal noch importieren. Das ist die Klasse org.bucket.entityplayer. Ach nee, wobei, haben wir hier schon, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, also diesen Spieler, wenn das ein Spieler ist, dann können wir eigentlich schon weitermachen. Und zwar dann überprüfen wir erstmal, was für einen Command er denn eingegeben hat. So, und da sagen wir dann einfach when, denn in Kotlin gibt es keinen Switch. Aber when ist quasi das mächtigere und das coolere und das sowieso viel bessere Switch, ja. Das heißt, wenn unser Command, wenn das den, ähm, den Namen trägt, das ist der Name, den wir hier angegeben haben, dieses Hallo, ja. Wenn das den Namen Hallo trägt, also when, hallo, dann folgendes. Na ja, was machen wir dann? Dann grüßen wir halt den Spieler zurück. So, wie grüßen wir jetzt den Spieler zurück? Nun, wer ist denn unser Spieler? Der Spieler ist Sender, denn der ist ja derjenige, der das Command auch eingegeben hat. Das ist quasi einfach nur ein Chat mit unserem Plugin, okay. Das heißt, Sender, Punkt, na ja, was wollen wir machen? Wir wollen ihm eine Nachricht schicken, also Send Message. Und dem wollen wir dann natürlich auch zurückgrüßen. Hallo, Komma, so und jetzt brauchen wir den Spielernamen, denn wir wollen ja hier ein bisschen personalisiertere Nachricht machen, wie oben, nicht nur Hallo von Kotlin, sondern einfach Hallo und den Spielernamen, das heißt Sender, Punkt, Name, ja. Und, ähm, dann natürlich noch ein Ausrufezeichen. Achtet darauf, dass wir diese Plusse hier nehmen, um Strings miteinander zu verbinden. So, ähm, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier machen wollen. Jetzt werden wir allerdings einen Fehler bekommen, wenn wir das nicht ausführen. Hier unten sehen wir dieses rote Unterkringelte hinter dieser Schleife, ähm, oder hinter dieser, ähm, geschweiften Klammer zu. Und, ähm, das heißt, wir müssen noch ein Boolean zurückgeben. Ihr erinnert euch, hier hinten dran steht Boolean als Return-Wert angegeben. Und wer jetzt gerade nicht weiß, von was ich rede, der möge sich wirklich bitte meine Playlist zu Kotlin ein bisschen angucken, denn das ist schon ziemlich wichtig. Wir müssen hier jetzt tatsächlich ein Boolean zurückgeben und mit Return-True geben wir an, dass alles in Ordnung ist hier. Das heißt, wir sagen, okay, alles gut gelaufen, es gab keine Fehler, es gab eigentlich überhaupt keine Probleme und damit haben wir das auch schon eigentlich. So, und jetzt führen wir natürlich wieder mal unser Gradle-W-Shadow-Jar aus, beziehungsweise Gradle-W-Buds, falls ihr unter Windows seid. Ihr kennt die Prozedure mittlerweile, ansonsten erstes Video bitte angucken und führen das aus und sehen hier, dass wir das fertig haben. Gehen in den Ordner mit den Lips, kopieren diese Lip, fügen sie hier ein, ersetzen die, die schon da ist, starten den Server neu, beziehungsweise erstmal schließen wir den Server und dann starten wir ihn wieder. Und das dauert wieder ein bisschen. So, habe ich natürlich wieder mal rausgeschnitten und ja, wir gehen in den Minecraft-Launcher, führen das oder gehen quasi auf den Server, das kennt ihr mittlerweile alles, das muss ich euch nicht nochmal erklären. So, und wir werden natürlich trotzdem gegrüßt mit Hallo von Kotlin. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz hier auf den Code. Das ist quasi zusätzlicher Code, das ist was, was zusätzlich funktioniert. Das hier bleibt trotzdem bestehen, also eure Events sind jetzt nicht irgendwie weg, sondern die funktionieren immer noch ganz normal. Ups, das ist das Falsche. So, und jetzt wollen wir hier natürlich weitermachen. Jetzt gehen wir hier in den Chat rein und wenn wir jetzt einen Slash angeben, dann sehen wir hier unten schon, dass hier erstmal ein paar Bucket-Dinger verfügbar sind. Aber wir sehen auch unser neues Hallo, unseren Befehl. Das ist unser Hallo und den wollen wir jetzt natürlich ausführen. So, und dann kommt als Antwort von Kotlin zurück Hallo, Morpheus407, das bin ich. Wunderbar, und somit haben wir auch schon unser erstes Command. Kannst du das mal... Nicht, während ich am Reden bin, bitte. Genau, und dann haben wir unser erstes Plugin im Endeffekt schon mit einem Command ausgestattet, das nun einfach so funktioniert. Wunderbar, ja, ich danke euch mal wieder fürs Zugucken und genau, nächstes Mal schauen wir mal, was wir Schönes machen. Aber wahrscheinlich wird es was anderes Cooles werden und wir hören uns wieder. Bis dann, ciao.